So, hallo miteinander, es gibt jetzt ein Video, ein super tolles Gespräch mit der lieben Anita Weibel. Sie reist mit mir ja auch schon seit über einem Jahr, oder? Ja, insgesamt. Aber na, ja, also intensiv, sage ich jetzt mal, dieses Jahr, seit Januar. Genau. Und wir sind eigentlich hier zusammengekommen, um mal ein bisschen zu erzählen und zu sammeln, was alles möglich ist und warum es manchmal so schwer ist. Ich finde, das ist das Wichtigste, denn Anita hat jetzt auch mit mehreren wunderbaren Frauen gearbeitet, vor allem Beziehungen. Und Beziehungen, wir haben Beziehungen in unserem Leben noch und nöcher, also es sind nicht nur die Liebesbeziehungen, sondern die Liebesbeziehungen sind ja auch wieder Replikationen von unseren Kindheitsbeziehungen. Richtig? Genau, und Sie zeigen sehr gut, wo wir stehen. Genau. Und das Wichtigste ist ja die Beziehung zu mir selbst, die ist an erster Stelle. Die ist an erster Stelle, aber die kann ich meistens nicht sehen, weil ich ja immer noch die Perspektive quasi nach außen habe. Und das Außen ist mir ja dienlich. In dem Moment, wo ich erkenne, dass das Außen dienlich ist, weil es mir Informationen über mich selber liefert, kann ich plötzlich diese ganze Sache durchschauen, diese ganze Energie durchschauen, wie sich eigentlich jede einzelne Beziehung in meinem Leben durch mich hindurch manifestiert hat. Das ist ja auch eines der schwierigsten Sachen zu erkennen und mal wahrzunehmen und einfach zu sagen, jep, der einzige gemeinsame Nenner in all meinen Beziehungen, das bin ich. Und irgendwie gibt es doch da Parallelen. Genau. Ich habe jetzt gerade auch noch ein Feedback bekommen von einer Klientin und die hat auch gesagt, Oh mein Gott, wenn du das endlich mal alles durchschaut hast, wie du jede einzelne Beziehung, jeden einzelnen Menschen genau dorthin gestellt hast, wo er sich dir nachher gezeigt hat. Ja, genau. Wir verteilen jede Rolle. Jede Rolle. Und sich dessen bewusst und klar zu sein, das macht es so viel leichter auch. Ich sehe dann immer, wo stehe ich gerade, wer bin ich gerade und ich kann es auch verändern. Also das Außen ist ja mein ständiger Parameter in dem Sinn, wo ich sehe, wo ich gerade stehe. Ganz genau. Was ich da kreiert habe und welche Rollen ich verteilt habe und dass ich sie verteilt habe. Also es gibt sowieso keine Schuld, aber ja, ich habe das gemacht, egal was es war, egal wie lange zurück, schon immer. Wir tun das. Wir tun das. Wir sind so programmiert und da müssen wir uns aber auch gar nicht dafür schämen oder schuldig oder schlecht fühlen, sondern das ist einfach wie ein Computer, oder? Der muss sich ja auch nicht dafür schämen, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Windows 11 oder was weiß ich, was ich jetzt da drauf habe. Sondern ich muss lernen zu schauen, wie kriege ich das Ding dazu, die Sachen zu machen, die ich haben möchte. Ja, genau, genau. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, also eben der Computer ist nicht schuld, bei seiner Software wir auch nicht. Wir haben das ja früh aufgenommen. Wir waren ja insofern ungeschützt. Wir waren ja ein Schwamm als kleines Kind. Das sind frühkindliche Prägungen. Und wir haben gesehen, was Mama macht, was Papa macht, was der Onkel tut, die Tante tut. Und das war Wahrheit für uns. Das haben wir einfach abgeschaut und nachgemacht. Und so ist unsere Software entstanden. Und man muss mal sagen, man hat nicht mal abgeschaut, sondern man hat einfach nicht vom Schauen her, sondern man hat energetische Prägungen übernommen. Genau, genau. Das ist eigentlich das Wichtige, dass man erkennt, ja, aber ich mache das doch gar nicht. Meine Mutter macht das. Und ich mache das aber nicht. Aber du hast die gleiche energetische Prägung, ob es dir passt oder nicht. Genau, die gleiche Signatur. Die gleiche Signatur. Und jetzt ist halt die Frage, ja gut, ich bin nicht bei meiner Mutter in den ersten vier Jahren aufgewachsen. Aber nachdem ich zum Beispiel vier Jahre alt war, bin ich dann von meiner Großmutter im Prinzip zu meiner Mutter gekommen. Aber das Witzige ist ja, das macht keinen Unterschied, ob es Großmutter oder Mutter ist. Weil die Mutter hat ja schon wieder die energetische Signatur von ihrer Mutter. Wir übernehmen das so lange, bis irgendwann einer sagt, Schluss jetzt. Das ist mir zu beschissen. Ich habe keinen Bock mehr. Irgendeiner bricht aus und sagt, jetzt habe ich genug, ich habe die Schnauze voll und ich ändere das jetzt. Und so lange läuft das von Generation zu Generation zu Generation und wird immer weitergegeben. Und oftmals ist man dann so wie der schwarze Schaf in der Familie, gell? Ja, natürlich. Und man fühlt sich dann eben wie ein schwarzes Schaf und noch viel falscher und viel danebener, weil man halt da ausschert. Das muss man halt auch erstmal wahrnehmen, dass man eben sagt, dadurch, dass du dich gerade so fühlst wie ein schwarzes Schaf, dadurch bist du aber eigentlich genau auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Ja, es ist logisch, dass der oder die, die ausbricht, die es ändert, die wird dann komisch angeguckt. Und da wir ja sowieso kollektiv implementiert und tief einprogrammiert haben, dass wir nicht in Ordnung sind, das triggert das dann an. Und dann fühlt man sich nochmal, noch mehr nicht in Ordnung. Und das gilt es halt auszuhalten und den Weg zu gehen und dran zu bleiben und dabei zu bleiben. Und eben sich auch Hilfe zu holen, sich Weggefährten zu holen und mit denen unterwegs zu sein. Und dann merkst du schnell, ich bin richtig, es ist alles gut. Genau, und das ist der Punkt. Solange du noch glaubst, du bist ein schwarzes Schaf und ich habe das tatsächlich über Jahrzehnte hinweg von mir selber geglaubt, ich bin ein schwarzes Schaf. Und dieser Rückschluss, diese Annahme über mich hat es mir verunmöglicht zu sehen, was ich überhaupt für einen Genius hier habe, was ich alles schon geleistet habe, wie großartig ich in allen Lebensbereichen überhaupt bin. Das konnte ich gar nicht sehen, weil ich hatte ja den Stempel, ich bin ein schwarzes Schaf, ich bin daneben und ich bin Außenseite. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, aus diesem Rückschluss kommt dann diese kontinuierliche Ablehnung. Weil ich muss ja ablehnen. Ja, natürlich, man kann dann auch zum Rebell werden, logischerweise. Genau, ich lasse mir nichts sagen und ich lehne alles ab, weil ich keine andere Möglichkeit habe, als mich zu distanzieren, als zuzumachen. Und das hat eben auch wiederum den Effekt, dass ich in einer gewissen Trennung bleibe von mir selber auch. Ja, natürlich, ja. Es ist ein Selbstschutzprogramm, das dann anfängt und dann beschießt man sich selber damit. Und man kann auch aggressiv werden dabei oder je nachdem, wie wir da geprägt sind. Aber das hilft uns nicht. Es hilft erst, wenn wir einsehen, dass wir überhaupt nicht das schwarze Schaf sind, sondern dass es wirklich um diesen Weg geht und dass wir das alle wollen. Wir wollen alle ja in diese Freiheit. Und wir wollen uns alle wirklich in Ordnung fühlen. Und wir wollen alle dahin. Und da heißt es einfach wirklich dran zu bleiben und weiterzumachen. Und erst wenn wir, du, ich, wenn wir diese Rolle des schwarzen Schafes wirklich vollständig abgelehnt haben, abgelegt haben, dann fühlen wir uns wirklich gut. Und dann wirst du nämlich vom schwarzen Schaf zur Führerin, zur energetischen Führerin, zur Anführerin und vor allem auch zur Heilerin. Weil in dem Moment, wo du das alles für dich klar hast, wie die Energien funktionieren und dass du halt tatsächlich aus höchstem göttlichen Design, aus Divine Design, aus höchster Perfektion gedacht bist. Und dass du alle Erlaubnisgeber schon hast, dich so zu fühlen auf Gottes Erdboden, dann kannst du deine ganze Familie heilen. Das passiert wie automatisch. Du kannst dich wie nicht zurückhalten, weil es ist eine energetische Transformation, die aus dir heraus, in Generationen rückwärts und vorwärts einen neuen energetischen Fussabdruck hinterlässt. Genau. Wenn du dich selber heilst, dann heilst du alle mit, weil die anderen sind ja dein Outpush. Genau. Und das kann in beider Richtungen gehen. Zukunft und auch Vergangenheit heilst du mit. Weil ja, schlussendlich gibt es ja nur uns selbst. Es gibt nur mich, ich bin das, ich bin all einzig. Und wenn ich mich heile, egal welches Thema, dann heile ich es bei den anderen mit. Und dann geschehen ja diese Wunder, kann man das ausdrücken. Aber es ist nur die logische Konsequenz. Es verändert sich im Außen wirklich jemand. Zack, er ist anders. Er verhält sich anders. Ich habe zum Beispiel eine alte Freundin, also die ist 80, die hat sich in den letzten Wochen so krass mit mir verändert, weil ich mich verändert habe. Ich habe die gestern getroffen, die war wirklich, die war zum ersten Mal liebevoll. Sie hat anders geredet. Sie hat andere Ansichten plötzlich. Sie hat sich im Café woanders hingesetzt, wo sie das letzte Mal noch sagte, nee, da setze ich nicht hin, das ist mir zu hart. Ich sagte, geh da drüben hin, weil ich wollte da drüben hinsitzen. Es ist wirklich genial, es ist magisch. Es scheint magisch, aber es ist einfach, es ist Energie, reine Energie. Es ist reine Energie und wir haben das im Griff. Und es lohnt sich sowas von, diese Arbeit in Angriff zu nehmen, weil dadurch wird unsere Welt verändert. Und wir wollen alle, dass wir in einer schönen, kuscheligen, harmonischen, liebevollen Welt leben. Und dann heißt es auch immer so, ja, da musst du erst so werden. Aber das ist halt eben gar nicht so leicht, von heute auf morgen eine andere zu werden. Weil dein Verstand hat ja Angst, oder? Genau, der wehrt sich natürlich. Der will die alten Sachen aufrechterhalten. Der Verstand hat, um das auszudrücken, er hat die Idee, er fühlt sich bedroht, wenn etwas Neues kommt. Und er braucht dann eine Erklärung, warum das Neue kommen darf. Also du sagst so schön, wir müssen ihn ins Boot holen. Und das braucht er. Und dann macht er auch mit und dann unterstützt er uns auch. Und dann geht es auch leichter und dann geht es schneller. Und es ist jede Transformation, es ist ein Stück Weg zu gehen. Es ist diese innere Arbeit, es ist dieser Prozess. Es gibt keinen Code, den uns irgendjemand einpflanzen kann. Also wer das glaubt, der irrt sich. Es ist wirklich dieser Prozess in uns selbst, in jedem selbst. Wir machen eine Dekodierung sozusagen, das kann man schon sagen. Aber die Dekodierung, die muss jeder selber machen. Und die neue Kodierung, die macht auch jeder selber. Genau, genau. Und ja, jetzt erzähl mal Anita, du hast ja, sag ich mal, eine junge Frau jetzt, die du begleitest. Erzähl mal ein bisschen von dieser Reise und von den Wundern, die da geschehen dürfen. Ja, es ist echt schön, also für mich als Coach, zu sehen, wie sie motiviert ist, wie sie mitgeht, wie sie immer wieder nachfragt. Wir sind über Telegram verbunden, sie kann mir eine Nachricht schicken zwischen den Calls. Und wie sie wirklich weitergeht, wie die Dinge aufploppen und wie wir das wieder handeln können. Und sie geht wieder einen Schritt weiter und wieder einen Schritt weiter. Und sie wächst und sie wächst und sie freut sich. Und gestern hat sie gejubelt über einen Erfolg, den sie kreiert hat. Und solche Dinge, das ist wirklich so, so schön zu sehen. Und für mich als Coach ist es, ich bin gewachsen in dieser Rolle, in diesen Wochen. Ich coache ja schon lange. Und ich wusste auch schon 2014, ich habe dann nachher einen Break eingelegt mit Coachen und habe mir einen Brotjob gesucht für fünf Jahre. Ich wusste da schon, dass ich es kann, dass es aus mir spricht. Aber jetzt, ich habe dir heute geschrieben, jetzt bin ich wirklich vor dieser Tür, wo ich endlich Geld verdienen kann damit, weil ich mich vollkommen gut und in Ordnung auch da in dieser Rolle als Coach fühle. Und auch das hieß ein Hineinwachsen. Und so lange kann der Erfolg nicht kommen, wenn du da nicht bist. Wenn du dich nicht vollkommen sicher mit dem, was du machst, fühlst und dich vollkommen in Ordnung fühlst als Mensch und als Coach. Und das hat in den letzten Wochen mich so vorwärts gebracht. Und wo ich merke, es macht echt Spaß. Es läuft nur, ich habe einen Satz, die Klientin setzt es um und es macht, ich habe ja noch eine zweite Klientin am Freitag gehabt, es macht Bing, Bing, Bing und die Sache läuft. Und das macht richtig Spaß. In der Schweiz sagen wir das Fakt. Das ist wirklich toll. Aber es ist halt so, ein guter Coach kann nicht einfach eine Coaching-Ausbildung machen oder das Lernen oder irgendeine Modalität lernen. Wir haben es alle probiert. Alle, die letztendlich wirklich nicht weitergekommen sind mit dem Gelernten, mussten erst lernen, wie diese Prinzipien der Energien funktionieren. Und zweitens mussten sie das dann selber, sich selber erstmal natürlich mithilfe, auch hier wieder von außen. Für mich ist es immer ein Domino-Effekt. Und wenn mir einer erzählt, ich bin ein Coach oder ich habe jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht oder ich habe von mir aus auch eine Energie-Heiler-Ausbildung gemacht oder und so weiter und so fort, das ist erst der Anfang. Genau, genau. Das ist erst der Anfang. Und ich lehne mich so weit raus, dass deswegen zum Beispiel Psychologen und Psychiater aus meiner Sicht nicht wirklich hilfreich sind, weil die niemals diesen Weg gehen, dass sie sich selber erstmal genauso gut, richtig und in Ordnung fühlen, dass sie tatsächlich genau dasselbe in einem anderen sehen und erwecken können. Das geht nicht. Ich kann nur in einem anderen Menschen das sehen, was ich selber bin. Ja, logisch. Und man therapiert ja immer sich selbst. Du wirst ein Therapeut, weil du dich selber heilen willst. Das ist bei Therapeuten so, bei Coaches so, bei Psychologen so, bei Psychiatern so. Und der Psychiater und der Psychologe, der versucht ja im Außen zu regulieren und nicht in dieser Energetik, nicht in diesem Gefühl. Und es geht wirklich darum, für mich sind zwei Sachen essentiell. Das tiefe Bewusstsein, dass ich die Weine zu sein bin, dass ich die Weine zu sein bin und dass ich mich vollkommen in Ordnung fühle. Wirklich tief fühle, nicht aufgesetzt irgend so eine Fake-Geschichte, wie es in der Coaching-Szene boomt, sondern wirklich dieses tiefes Gefühl in mir. Und ich habe in den letzten Wochen gemerkt, wie das gewachsen ist und wie sich das verankert hat. Und das macht den Erfolg. Und vorher, also ich hatte ja eine, bevor ich bei dir in der Academy war, hatte ich ja eine Werbeagentur gebucht. Es hat nicht funktioniert. Ich habe nur Geld verbrannt. Es geht nicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es an mir liegt, dass es an meiner Energie liegt. Aber ich war alleine, war ich nicht imstande, es zu verändern. Mit all meinem Wissen nicht. Ich kam da nicht raus. Das ist dann erst in der Academy geschehen und in den Masterclasses. Da kam ich raus. Und es geht wirklich darum, sich vollkommen tief in Ordnung, so wie ich jetzt gerade heute bin und morgen bin ich anders und du auch, sich vollkommen in Ordnung zu fühlen. Und aus dieser Kraft heraus zu schöpfen, zu leben, zu sprechen, zu lachen, zu was auch immer. Und das ist ein Prozess. Und ich würde fast schon sagen, es ist völlig egal, wie alt du bist. Absolut. Es ist auch völlig egal, wie jung du bist. Das hat auch, ich meine, deine eine Klientin, die ist ja jung. Aber das ist eben genau das, was wir sagen. Wir übernehmen das ja einfach ungefiltert, von welchen, die schon viel länger das zusammengesammelt haben. Deswegen ist unser letztendlich, Alter ist unerheblich. Es ist immer der gleiche Prozess und der muss gemacht werden. Und erst dann kann man eben auch auftreten und kann sagen, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich spreche aus Wissen und Erfahrung. Ja, ich spreche aus Wissen und Erfahrung. Und zwar nicht aus logischem Wissen, sondern aus energetischem Wissen. Weil das ist ja, das logische Wissen ist nach wie vor beschränkt. Und das energetische Wissen geht in einen Raum der Unbeschränktheit, der unbeschränkten Möglichkeiten rein. und holt die Lösungen da raus, die unser kleiner, logischer, analytischer Verstand, egal wie fleißig er ist, er kann es nicht checken. Der kann die nicht finden, ne? Nein, unmöglich. Genau. Unmöglich. Und das ist ja eben, das Alter spielt überhaupt keine Rolle, weil ich habe noch zwei, drei, vier Jahrzehnte vor mir. Das lohnt sich immer, auch wenn ich jetzt 64 bin. Und für die junge Klientin ist es, ich finde es so ein Geschenk für die jungen Menschen heute, die können das, ich sage immer, ihr könnt das nur abgreifen. Was Leute wie ich, die ganz lange in der Pionierrolle waren, erschaffen haben und das Wissen, das heute da ist, alle diese tollen Leute in der Coaching-Szene, die können es nur abgreifen. Das ist das große Geschenk. Es kann sich jeder eine Wegbegleitung holen und mit dem gehen. Und es geht viel schneller mit jemandem an der Seite, der den Weg schon gegangen ist. Weil du und ich, wir wissen beide, wie es sich scheiße angefühlt hat früher, oder? Und wir wissen auch, wie der Weg war und wir wissen, wie es sich heute anfühlt. Und es ist so ein Geschenk, um das weiterzugeben. Ja, und es ist einfach nun mal nicht eine Methodik, es ist ein Prinzip. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ich kann zwar mit Methoden dieses Prinzip aktivieren, aber es wird eine Methode bleiben. Und solange es eine Methode ist, werde ich den Seinszustand nicht verinnerlichen können, weil ich ja ein Anwender bin und nicht ein Seier, ein Bier, ein Seier. Es sein, wirklich, es sein. Ich bin jemand, der es isst, sondern ich bin jemand anders, der anwendet. Und deswegen hat ja auch dieses Marketing-Agentur-Coaching und so weiter nicht funktionieren können, weil du ja immer noch die warst, die halt was anderes angewendet hat. Und das passiert halt bei so, so vielen, die zig verschiedene Anwendungsstrategie-Methoden-Coachings buchen und nachher das Gefühl haben, sie haben so viel Geld verloren, weil sie eben nicht den Kern sich selbst erst ihr selbst bearbeitet haben und somit eben dieses mangelnde Selbst halt dazu trainieren, erfolgreiche Methoden umzusetzen. Aber es bringt nicht die Energie des Erfolgs, es bringt nicht die Erfolgsmentalität. Du musst diese Energie des Erfolgs erst haben, du musst sie in dir fühlen können. Und dann ist er da, ganz automatisch. Dann kannst du, egal welche Strategie fahren auch immer, sie wird funktionieren. Wir geben uns hier die größte Mühe und ich mir auch, immer wieder diese Prinzipien zu erklären, die Zusammenhänge zu erklären. Aber ich meine, wir reden jetzt von hier von einem Jahr kontinuierlicher Arbeit, die du hingelegt hast. Und das sind auch diese Kontinuität, wo jeden Tag ein größeres Verständnis kommt. Genau. Und das muss man einfach mal machen, weil man irgendwo glaubt, weil man halt glaubt, weil man überzeugt davon ist, dass Energie so funktioniert und dass ich dieses Management lernen kann. Ja, genau. Kann man nicht sagen. Aber dieses Wissen, das hörst du nicht einmal und dann ist es drin. Das hörst du x-mal. Und du hörst es bei dieser Person in diesen Worten, bei dieser Person in diesen Worten. Du erzählst dir selbst, ich habe wieder aufgeschrieben. Ich habe ganz oft geglaubt, so jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Und da habe ich gedacht, nein, ich bin immer noch nicht da. Ich habe es immer noch nicht verinnerlicht. Ich bin ganz lange immer in die alte Welt, in die 3D-Welt zurückgekehrt, wo man am Machen ist und eben irgendwas. Und dann immer wieder, ach, ich wollte doch. Ich will dieses Gefühl, ich will diesen neuen Seinszustand. Da will ich hin. Dieses Prinzip will ich anwenden. Und so funktioniert es. Also mein Verstand hat, unser Verstand, der braucht eine Weile, bis er das frisst, sage ich jeweils. Bis er das wirklich schluckt und sagt, okay, ja, ich akzeptiere es jetzt. Jetzt ist es so und jetzt gehen wir diesen Weg. Also weg von der 3D-Welt, was wir über Jahrzehnte, oder wenn du von Reinkarnation ausgehst, über Leben gelebt haben und gelernt haben, da rauszugehen und sagen, dieses Prinzip, das wende ich jetzt an konsequent und ich gehe jetzt diesen neuen Weg. Und das braucht einfach Zeit. Das braucht Monate. Das braucht ihr dieses Jahr. Hast du jetzt aus deiner Erfahrung jetzt für andere, mit anderen sieht man es ja immer wieder noch einfacher. Es ist fast, es ist eines der schwersten Aufgaben, sich selber dahin zu coachen und zu bringen. Es braucht einfach so lange. Es braucht viel, viel länger, wenn ich niemanden habe, der mich durchschaut. Ja, genau. Der mich durchschaut. Aber ich muss auch offen sein, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, was man sagen muss. Wenn ich nicht will, dass jemand mir komplett in die Karten schaut und ich nicht die Karten kennen will, ich will lieber, ich habe Angst vor meinem Kartenbild, dann wird es nicht gehen. Nein, das wird nicht funktionieren. Also du musst bereit sein, dich verletzlich zu zeigen. Du musst bereit sein, dich zu zeigen. Du musst bereit sein, auf dich selber einzulassen, schlussendlich. Und diese Person von außen, die ist so hilfreich, weil du hast ganz oft auch Dinge gesehen, die ich selber wirklich nicht sehen konnte. Weil das einfach, es war einfach so klar in mir, dass das so ist. Zum Beispiel die Sache mit dem Annehmen. Ich konnte ja nicht nehmen, oder? Das hatte ich von meinem Vater tief eingeimpft bekommen. Du darfst nichts nehmen, was dir nicht gehört, was jemand anderem gehört. Und es hat ja so heftige Auswirkungen auf mein Leben. Und ich konnte das nicht sehen, weil das war ja der Papa, der es vorgemacht hat. Und es war für mich eine so, also ich habe nicht mal gemerkt, dass ich es habe. Und da braucht es diese Person von außen, die da drauf schaut und sagt, ah, so wie ich bei anderen draufschauen sage, ah, weil sie es nicht sehen kann. Das ist einfach normal. Ich habe jetzt auch mit, ich hatte ja jetzt gestern auch noch ein Gespräch. Und zwar, für mich ist es ja auch ein großer, hoher Wert, Integrität. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen. Ich habe übrigens auch die Masterclass, die Wine Designed Integrity Code. Und das ist so wichtig, die muss ich eigentlich noch weiter promoten, weil das habe ich gestern wieder gesehen. Durch diese falsch verstandene Integrität leiten sich Menschen eben zu Abhängigkeiten, die ihnen schaden. Und das ist eine Sache, die ich gestern wieder gesehen habe, wo man dann sich irgendwo rein manövriert in eine Situation, wo schon der ganze Körper schreit, ich will das nicht. Aber dann heißt, ich habe ja gesagt und ich bin Integer und wenn ich einmal ja sage, dann bleibe ich dabei. Und dieses Muster, das wir zum Beispiel haben von dieser falsch verschwanden in Integrität, die eben immer noch Integrität quasi als das sieht, was sich anderen zeigen und liefern muss und nicht zuerst zu mir. Genau, genau. Und das führt zu Abuse, also zu Misshandlungen, das führt eben zu diesen sozusagen narzisstischen Mustern, ja, zu diesen narzisstischen Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Das hat unglaubliche Konsequenzen, nur diese falsch verstandene Integrität. Ja, natürlich. Das kann ein ganzes Leben prägen, wenn wir das nicht entdecken. Dass wir das jemandem zuliebe tun oder weil wir das von dieser Person gelernt haben. Genau. Bis wir das entdecken und bis wir realisieren, ja, Masterclass Integrity Code war für mich auch ein Riesensprung, wo ich da gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ich bin die Person, die Einzige. Ich muss zu mir zuerst einmal loyal sein. Ich muss zu meinen Werten voll loyal sein, zu dem, was ich haben will, voll loyal sein. Und ich darf alles haben. Ich muss zu meinem Bewusstsein von, ich bin divines Design. Ich bin divine. Ich bin dieser göttliche Anteil. Dazu muss ich auch Integer sein als Basis. Und das ist das Allerwichtigste. Lange bevor, wir lernen das natürlich so, wir werden so gepolt, dass wir Integer sind zu Eltern, zu Systemen, zu einer Partei, zu einem Arbeitgeber. So werden wir, es wird uns ja so gelehrt, oder? Und zu sagen, hey, ich bin hier die Allerwichtigste Person und ich muss erst einmal lernen, ganz loyal zu mir zu sein. Und wenn wir das lernen, dann werden wir ganz anders handeln. Und wir werden auch Dinge nicht mehr tun, weil wir merken, ich will das ja gar nicht. Das mache ich hier eigentlich. Und das ist so, so, so wichtig. Also die Masterclass, ja, die Design Integrity Code kann ich nur empfehlen. Da habe ich einen Riesensprung gemacht nach dir. Ja, liebe Annika, sonst noch ein paar tolle Geschichten, Erfolgserlebnisse so zum Abschluss, wo inspirieren, wo du sagst, wow, da gibt es Shifts, das war vorher scheiße und jetzt ist es gut, was du gesehen hast mit den Leuten, wie du gearbeitet hast. Fällt dir da noch irgendwas ein, was Spannendes, weil wir wollen ja immer hören, was ist denn, wie geht denn das? Also für mich ist im Moment heute, also gerade heute und also die Tage, das ganz das Wichtigste, das Tollste, das Coolste, wie ich mich plötzlich fühle. Also dieser Shift, den ich selbst gemacht habe und wie sich das anders anfühlt. Und ich bin auch ganz klar, ich sage jetzt, ich fühle mich zu 90 Prozent in Ordnung, 10 Prozent gehen noch. Auch diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, das ist auch ein Shift, weil ich habe mich früher, wie die meisten, selber belogen. Und es sind solche Erlebnisse, wie eben das mit dieser Frau und Freundin, die 80 ist, wie ich merke, wie sich die verändert. Die hat mich in der C-Zeit, hat die mich per WhatsApp beschossen, weil ich mich nicht impfen ließ. Und das wurde ziemlich giftig und es war ziemlich unschön über eine lange Zeit. Und heute, das ist eine andere Person, die ist wirklich wie ausgewechselt. Und die war, ich kenne die jetzt fast 30 Jahre, die war immer eher auf der harschen Seite zu Hause und auf der abweisenden Seite zu Hause. Und es war eine ganz andere Frau, sie ist auch Astrologin gewesen und sie bezeichnet sich als Doppelten Löwen und agiert dann aus dieser Energie heraus. Ich bin halt so. Und die Frau, die ich gestern und schon vor zwei Wochen getroffen habe, das ist ganz eine andere Person, die ist wie ausgewechselt. Wo ist der Doppelte Löwe hin? Der Doppelte Löwe, der war gestern ein Kuscheltier. Echt? Dann kam noch ihre Tochter, ihr Töchterlein, die holte sie dann ab, die gingen dann weiter an Essen und es war einfach ganz anders. Auch die Tochter war anders. Ich kenne die nicht sehr gut, aber ich habe sie kürzlich am 80. Geburtstag am Essen getroffen und die ist mir ganz anders begegnet. Und das ist phänomenal, absolut phänomenal. Und ich habe ja nicht gecoacht, ich habe nicht mal gecoacht, ich habe nur mich verändert und meine Ansprüche auch verändert, wie ich andere haben will. Deine Ansichten. Meine Ansichten, genau wie ich es haben will. Und es hat sich einfach so auf dem Silbertablett, einfach wirklich das serviert. Und wenn wir jetzt schon noch bei dir sind, also dann sagen wir mal im Januar. Wann hat die Business Academy angefangen? Hat die im Januar angefangen? Nee, das war später, war es im März. Irgendwie sowas war im März, oder? Genau. Also haben wir jetzt so ein Dreivierteljahr-Rückblick. Was kannst du alles feiern für Geschenke, für wunderbare Momente, für Dinge, die in dein Leben gekommen sind, in diesem letzten Dreivierteljahr, wo du niemals damit gerechnet hättest? Ich habe 5000 Franken bekommen, weil ich, also ja, ich brauchte die von einer Frau, weil ich meine Steuer nicht bezahlen konnte, zum Beispiel. Und die hat mir das einfach gegeben und sie verlangt es auch nicht zurück. Sie haben nicht mal mehr Kontakt. Also solche Sachen sind plötzlich möglich gewesen. Also ich bin für mich eingestanden und habe gesagt, hey, ich kann meine Steuer nicht bezahlen, das war im Frühling. Und die hat mir das einfach gegeben. Und ich kenne die nicht mal eins zu eins persönlich, ich kenne die nur online. Und das kam aus meiner Energie heraus. Und dann bekam ich natürlich so viele Geschenke und Erkenntnisse in der Academy und in all den Masterclasses und von dir. Einfach was da einfach kam. Oder ich war bei dir im Engadin zur Eröffnung von Macherinnen. Du bist jetzt bei den Macherinnen dabei. Genau, ich bin bei der Macherin, genau. Und das war auch so toll. Und die Begegnung mit dir. Und ich bin bei der Macherin dabei. Ich bin gleich Co-Regio-Leiterin geworden und bin da voll involviert. Ich lerne tolle Frauen kennen, ständig neue Frauen. Also wirklich eine Drehscheibe. Es macht Spaß. Ich habe angefangen zu netzwerken. Und das habe ich einfach so bekommen. Und diese Möglichkeit. Und ich habe riesen Spaß dabei. Und immer wieder andere Frauen zu treffen und sich auszutauschen. Und auch zum Beispiel in der Vorstellungsrunde da hinzustehen. Es gibt immer ein Thema. Und zum Beispiel einmal war es die Tigergeschichte, die Löwengeschichte deines Lebens zu erzählen konnte jede. Und da wirklich in der Runde von 20, 30 Frauen locker zu erzählen. Und da rein zu wachsen. Das sind alles Geschenke. Das sind Riesengeschenke. Ja, da muss man halt aufpassen, wenn man mit mir arbeitet. Weil dann hört es nicht im Coaching auf. Da kommen eben solche Sachen, oder? Da sagt man, Anita, das ist für dich. Geh es dir anschauen. Ja, genau. Anita, das ist für dich. Geh es dir anschauen. Genau. Und das sind einfach solche Sachen, die sind für mich auch wahnsinnig wichtig. Ich arbeite niemals nur irgendwo so nach Programm, sondern dann geht es mir wirklich, dann bin ich mit diesen Menschen verbunden, weiß ganz genau, was für den noch toll sein könnte. Das gibt es dann von mir noch dazu. Und du selber hast ja natürlich auch noch tolle Erlebnisse mit deiner Family kreiert, oder? Ja, absolut. Ja, genau. Ich habe meine Schwiegertochter verändert. Einfach so Sachen, das ging einfach ganz leicht. Und es ist ja immer die Frage, ist das Manipulation, oder? Und ich definiere einfach meine Ansichten und das geschieht dann. Und es ist immer eine Einladung für sie. Und ich will sie auch nicht komplett verändern. Sie ist sie und sie macht ihr Ding. Es ging ja darum, dieses Thema, dass sie nicht gerne putzt und so. Und, aber es hat sich verändert. Es hat sich das Verhältnis zwischen ihr und mir verändert. Also da ist Wärme eingetreten, die vorher nicht da war. Und solche Sachen. Oder auch mit meinen Söhnen, meine Söhne, der eine hat sich ja selbstständig gemacht. Wie der sich auch entwickelt hat, weil ich ihn einfach in einem neuen Licht gesehen habe. Entspannt, lebensfroh, macht sein Ding. Er ist ja am rechten Ort als Automechaniker. Und wie das leicht spielt, gerade mit den Kindern, auch wenn die schon fast 40 sind, gell? Egal. Egal. Und das ist schön. Und mir ist Familie sehr, sehr wichtig. Und einfach da wirklich daran drehen zu können, so leicht, ganz einfach so. Eigentlich fast nebenher. Oder mein Enkel. Mein Enkel ist so ein ganz geiles Beispiel. Also Kinder, der ist jetzt sechs geworden, sehr ein energiegeladetes Bürschchen, der Jüngste. Und sehr, sehr klug. Aber der reagiert, der zeigt mir sofort, wer ich an diesem Tag bin. Ich habe angefangen, auf den aufzupatzen, weil die Schwiegertochter hat angefangen zu arbeiten. Im Frühling war das. Und wie sich da verändert hat, wie sich unser Verhältnis verändert hat. Und letztes Mal hat der echt gekuschelt mit mir. Und das war echt genial. Weil ich war ja lange weg. Ich war ja fünf Jahre in Bieler Seeland. Ich habe den Anfang, den Kontakt mit ihm verpasst, als er ganz klein war. Und letztes Mal, der ist da wirklich unter die Decke an mich herangeschlopfen. Und hat gekuschelt mit mir. Und das ist wirklich, das ist so ein Geschenk. Auch das, was da alles geschieht, was sich da alles verändert. Auf jeden Fall. Und jetzt darfst du die Family leben, die du dir eigentlich schon immer gewünscht hast. Und genießen auch, oder? Und dich gut und richtig fühlen in allen Momenten. Und das ist einfach das allerschönste Geschenk, was man für sich selber tun kann. Und ich möchte wirklich alle bestärken, sich zumindest einen Teil dieser wunderbaren Divine Design Reise zu schenken. Sei es ein Masterclass bei mir. Sei es ein Coaching bei der Anita. Sei es ein Programm, ein Mastermind bei mir. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und ich meine, Anita, du kennst dich jetzt auch richtig gut aus in dieser Coaching-Szene. Du kennst alle Angebote, du kennst alle Ansätze. Gibt es das Gleiche sonst irgendwo? Nein. Also rein und her, nein, nein. Also ich kenne viele Coaches. Und ich bin ja schon lange in der Branche unterwegs. Und ich habe viele Ausbildungen gemacht und viele Leute kennengelernt und gefühlt. Aber das, was du weitergibst und alle, die bei dir lernen auch, das hat so wirklich einen Einzelstatus. Und ich kann nur sagen, Leute, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ihr euch selber machen könnt, eine Masterclass, ein Programm zu buchen bei Patricia. Ihr dürft natürlich auch ins Coaching kommen zu mir. Aber das, was wirklich hier, was du lernst, Patricia, das ist einzigartig, schlichtweg und einfach. Aber es funktioniert. Ja, natürlich. Es funktioniert. Und es funktioniert immer besser. Nur ist es eben halt nicht immer so sexy. Und es ist eben auch nicht immer so kuschelig. Und es ist auch nicht immer so, wie soll ich sagen, wir haben uns alle lieb, sondern wir betrachten uns alle und es ist gewünscht. Und das sind alles so Sachen. Ah ja, genau, deinen geistigen Namen habe ich dir ja auch noch weggenommen, gell? Genau, das war das Erste. Ich habe dir gesagt, es gibt nichts. Du bist die, die du bist. Ja, genau. Und die Frau, die du bist, die wächst jetzt in ihren eigenen Namen rein und macht diesen Namen wunderbar strahlen und leuchtend. Und dir da irgendwie 200 andere Namen, wie manche das machen und sich da neu umtaufen lassen. Funktioniert halt nicht. Der funktioniert halt auch nicht. Also das gehört auch zum Prozess, dass ich in diesen Namen, also die Energie dieses Namens reingewachsen bin. Weil ich bin ja hier, auch wenn ich mal meine Essenz woanders ist oder woanders herkommt. Ich bin jetzt hier und ich kreiere hier und ich lebe hier. Ich bin Anita Weibel. Und du machst den Namen nämlich zu dem jeden Moment, zu dem, was du bist. Ja, ganz genau. Der Name, der macht keinen Unterschied. Dass wir das auch einmal mal wissen, ich kann mich umnennen, so viel ich will. Ich bleibe immer noch ich. Und egal, welchen Namen ich auf mich drauf schreibe, das macht keinen Unterschied. Ich muss mich ändern, dann ändert sich der Name eben auch. Genau. Und auch ich kann meine Beideutung nennen. Es kann Erleichterung geben, einen Namen abzulegen und einen anderen anzunehmen. Aber der Prozess... Der ist in dir. Es liegt an diesen Buchstaben. Es liegt ja in dir. Was du der Sache für eine Bedeutung gibst. Was du für eine Ansicht drüber hast. Genau. Ich wollte zum Beispiel unbedingt meinen Ex-Mann heiraten, damit ich meinen Mädchennamen loswerde. Weil ich gedacht habe, damit werde ich diese ganze Geschichte meiner Kindheit und meiner Herkunft los und werde eine andere. War nix. War nix. War nix. Es war ein Anfang, es war eine Intention. Es war eine gute Intention. Aber die Arbeit blieb mir halt dennoch nicht erspart. Ja, ganz genau. Also ich danke dir, Anita. Es ist wirklich so wertvoll. Wir müssen mehr teilen. Ja. Weil hier geht es so tief. Diese Arbeit geht so tief. Aber dadurch, dass sie so tief geht, ist sie eben auch so, so, so wirksam und vor allem langfristig wirksam. Es ist ein Weg. Es ist eine Reise, die ich irgendwann mal antrete. Und irgendwann mal bin ich dieser Reisende, der die ganze Welt erkundet in den schönsten Ecken, Facetten und Farben und genieße plötzlich die Reise. Genau. Bis die Reise angenehm wird, muss ich eben einige Dinge verstehen, transformieren. Und so kommt es mir halt am Anfang der Reise irgendwie so vor, als würde ich mit einer, keine Ahnung, ungefederten Kutsche permanent über solche Schotterstraßen reisen. Es rumpelt am Anfang, ja. Und ich denke mir, was ist so schön am Reisen, ich bleibe doch lieber zu Hause auf der Couch. Nee, es ist so. Wie heißt dieser Spruch, wenn das Leben einen neuen Gang reintut, dann ruckelt es. Das ist so, es rumpelt am Anfang. Aber das ist okay. Aber man muss sich darauf einlassen, ganz klar. Und einfach damit gehen. Und es wird ja besser. Es hört ja dann auf. Es wird ja dann leichter. Und wirklich der Moment, wo ich merke, jetzt fängt das Leben echt an Spaß zu machen. Das ist wirklich Gold wert. Das ist absolut das Größte. Das ist der Moment, auf den wir das ganze Leben warten. Das ist das, was wir wollen. Warum wir Menschen heiraten. Warum wir Kinder kriegen. Genau. Warum wir Jobs machen. Warum wir machen, was wir machen. Machen wir nur, um diesen Moment zu kreieren. Aber er kommt so eben nicht daher. Und wenn, dann ist er flüchtig. Genau. Er geht wieder weg. Genau. Dann ist es vorbei. Und dann brauchst du den nächsten Moment. Den nächsten Moment. Den nächsten Moment. Und wir wollen ja einen Zustand haben, der uns gehört, der zu uns gehört, der nicht flüchtig ist, der bleibend ist. Und der sich dann im Außen immer wieder zeigt. Genau. Und dann sieht das Leben anders aus. Dann sieht das Leben ganz anders aus. Ich weiß, dass wir hier einen Durchbruch haben werden. Und dass immer mehr Menschen das hören können. Im Moment sind wir noch so wie so ein Geheimtipp. Nischen. Ja, genau. So zu sagen. Aber ich weiß, dass irgendwann dieser Moment da sein wird, wo jeder diese Reise geht. Genau. Jeder, der Heilung braucht, egal, mental, körperlich. Was gibt es noch? Ja, auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Beziehungsmäßig, finanziell. Wo auch immer. Es führt immer nur zu mir. Alles da draußen, was scheiße läuft, will einfach nur sagen, du kannst es ändern in dir. Du bist die Quelle von allem. Genau. Und das erscheint zuerst mal, ups, scheiße, ich habe das gemacht, nein, ich will nicht. Bei den meisten oder bei allen. Geht uns so. Und dann wachsen wir rein, ich will aber, ich weiß nicht wie. Und dann, jetzt weiß ich ein bisschen, aber ich will noch mehr wissen. Und irgendwann wissen wir und dann wird es einfach geil. Und wir zwei freuen uns auf ein geniales 2023, weil es kann ja nur geil und geiler und besser und besser werden. Und da schließe ich mal mit meinem Lieblingsspruch, geil oder gar nicht. Ja, genau. Einverstanden. Also, dann verabschieden wir uns hiermit. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben alle. Dann. Und bis bald.